Die beißen nur im Bellen nicht. Mrs. Dennison? Was will denn die Polizei von dir? Wollen Sie meine Lizenz überprüfen? Nein, nein, wir konnten Ihnen nur ein paar Fragen stellen, das geht um Ihren Mann. Wieso? Mein Mann ist seit sieben Jahren tot. Das wissen wir, Mem. Wir interessieren uns dafür, wie er ums Leben gekommen ist. Lesen Sie den Bericht des Gerichtsmediziners. Er ist erst von einem Wagen überfahren worden. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen wollen, ich habe einen Hund, der dringend eine Spritze braucht. Können wir Ihnen nicht helfen? Ja, wir sind halb ausgebildete Sanitärter. Okay, Bound, ich tue mir leid, dass du warten musstest. So, jetzt kümmern Sie uns um dich. Wenn Sie mir unbedingt helfen wollen, gehen Sie in den Garten und füttern Sie die Hunde und Ziegen. Das Hundefutter ist im gelben Eimer, das Ziegenfutter in den grünen Dach. Ist gerützt, Mem. Ich fütter die gelben Hunde und du die grünen Ziegen. Nein, du fütterst die grünen. Ich bin Farbenwind. Das ist bekannt. Vielleicht fühlst du dich viel besser, mein Kleiner. Das sind alles normale Strukturen, die auf der Straße ausgesetzt wurden. Ich habe die Erfahrung gemacht, wer Tiere nicht liegt, der ist zu allem fähig. Wie der Mörder Ihres Mannes. Wie kommen Sie denn auf Mord? Tja, also um die Wahrheit zu sagen, wir tappen da noch im Dunkeln. Aber wir gehen davon aus, dass jemand nicht das Opfer eines Verkehrsunfalls war. Der Fall wird nochmal aufgerollt. Ist das Ihr Ernst? Was glauben Sie, weshalb wir hier sind? Wer sollte sowas tun? Mal rein theoretisch gesehen, könnten natürlich etliche Patienten Ihres Mannes Interesse daran haben, ein Zeugen loszuwerden. Das leuchtet an. Erinnern Sie sich noch an den letzten Patienten, den er behandelt hat? Den werde ich wohl kaum vergessen. Kommen Sie mal mit. Er hat so gut bezahlt, dass wir eine ausgeregte Reise nach Europa machen konnten. London, Paris, Madrid. Waren Sie einen Monat weg? Ja. Und als Sie nach Miami zurückgekommen sind, ist der Unfall passiert? Genau. Zwei Tage später. Adi, der Mann an den Kartall.